Wir schauen, äh, satten, 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 satten Wer ist? ENTERNED DEN TORNADO! Oh ja! Oh ja! Was läuft? Was läuft? Oh ja! Willkommen zum nächsten Video Cam-Qualität ist noch nicht so gut, dein T-Shirt ist unscharf Das hab ich auch Also, Junge, diese Leute Warte, ich muss kurz die Tür aufmachen Hahahaha Alter, mach das nicht mit Jungle Hahahaha Was soll's? Digger, lauf ich über eine Kreuzung Läuft irgendeine automatische Gesichtserkennungssoftware drüber Yo, das ist Trimax Digger, in was für eine Film du machst? Dafür wird irgendein Krimineller viel leichter geschnappt Geborener Pilot, kein Cap Geborener Pilot, Junge Boah, kleine Komplikation Ist aber auch sehr schwer Ich hab doch nur mal W gedrückt Yeah! Senkrecht nur Luft stehst, über dem Schild Ehイyouө Hallo, allô, ALLOLLU ALLO ALLOW, ALLOW ALLOW Yojojujoo Er kann nicht mal geradeaus liegen Knossi-Alge? Knossi-Alge? Katsching! Kein Problem. Ja, okay. Oh nein! Hallo! Spaß, man. Als ob auch die Cam hängt. Die Dumm. I'm a goofy Goobo! Lupuskuss. Lauri, dankeschön. Oh. Sancho, Funk-Check an Zentrale. Ich bin schwer verletzt. Ich lieb im Krankenhaus bei der Behandlung. Haben Sie gesehen, wie verrenkt mein Körper ist? Ja, hab ich gesehen. So, jetzt ist es viel besser, ne? Jetzt ist es viel besser, ihr kleinen . Ist es viel besser? Hey, Jungs. Oh, oh! Yes, I like Pina Colana! Was sind das denn? Wer ist das? In Herrn Winter? Oder... Areco, Couscous. Wir essen hier am Clashen, das geht doch nicht. So, Jungs, wie ich sage, Bruder. Ich sage 18, 19, 20. Safe-Call, Jungs. Ich bin 28, ich habe einen Blick dafür. Ich erkenne das einfach schon an den Tasten, Bro. Wie ist 16? Alles klar? Ja, geht. Stell dich mal vor. Ich heiße Sueda, ich bin aus Hamburg und ich bin 17. Oh, nein! Ich war mir wirklich, ich hätte auch Geld gewettet. Ich hätte Safe-Call Geld gewettet. 1 bis 10, sage ich dir, würde ich eine Würde geben. Erstmal, wie heißt du? Ich heiße Helene. Helene, wie alt bist du? Ich bin 16. Äh, Kevin kommt hoffentlich bald ins Gefängnis. Ich bin 28, ich habe einen Blick dafür. Take me to the other side. Ich gehe immer wieder davon aus, dass die alle 18 sind. Wenn das Casino wieder öffnet. Bruder, dann beschlacken gehen bis zur Straße. Karsten nach dem Urlaub. Karsten ist so ein entspannter Mensch, wirklich. Ich kenne dieses Lied nur von so einem Video, wo sich so alte Opas waschen. dieses ... Kennt ihr das? Wo, da sind so Opas in der Badewanne und waschen sich gegenseitig. Die sind so nackt. Das war so ein Video, was immer so über den Desktop springt. Das kommt man nicht wegklicken. Wisst ihr, was ich meine? Also das war so, das ist immer so hin und her. Nein, nicht? SAS? Ist SAS, ja? Alles klar, nicht klippen und dann sind wir hier gut durchgekommen. Vergessen wir es einfach. Egal. Leucht das einfach aus eurem Gedächtnis. Mal, treibt einfach neuer Fabio Weckmann. Was war das? Was war das? Wer war er denn? Was ist jetzt gerade passiert? Was? Hä? Oh mein Gott, der stirbt doch so. Das war richtig hoch. Holy shit. Was? Ich wusste nicht, dass er auch im Dienst ist. Also hier ist auf jeden Fall Nächste. Warum sind denn alle Clips von Immortal nur? Es ist einfach nur freiwillig hier so. Alles gut. Wer sagt, wo sind Sie freiwillig hier? Oh, Sie können mich sehen? Ja, wir sehen Sie. Wir haben jetzt Klau. Es ist so. Hier vorne ist die Klau. Hier vorne ist die Klau. Hier vorne ist die Klau. Schönen guten Tag. Ich wurde gerade vom Einsatz wieder hierher gefahren. So, jetzt gibt es erstmal ein bisschen Assem her. Komm zu einem neuen Assem-Airstream. Heute zeige ich euch den Salzstreuer. Salz aus dem Himalaya-Berg in Indien. Boah, Digga, da kriege ich wirklich Gänse aus. Boah, weiß ich nicht. Da wird mir ganz, ganz schwindelig bei. Warte. So. Was ist das für ein Linkrad? Aber... Yo, Mann, Alter. Raus mit dir, Mann. Wer ist er denn? Raus mit dir, Mann. Wer hat dich in meine Karre gelassen, verdammt? Du, Kleiner. Passt mal auf, Junge. Ich sag dir eine Sache, wenn du noch einmal... Ich hol meine Waffe aus. Ich erschieße dich, hast du nicht verstanden? Ich heiß Kevin. Klub 77. Meine Kollegen, wenn du noch einmal mitberätst. Ich funke durch. Ich lasse dich. Die Haie werden dich verstanden. Ich werde Mitarbeiter... Ich sollte mich bei dir melden. Sie hat mit mir geredet. Über wen es nicht, hast du nicht verstanden? Ähm, ja, ey. Wie heißt du denn, Bro? Dankeschön, Kuss. Leichte Beute. Und das Aquarium im Film hat Bruder, ich brenne. Okay. Perfekt. Danke dir, Digga. Kuss. Oh, Rett mit zwei Augen, dein Aquarium brennt. Ja, ja, ja. Willst du mir deine IG geben, und wir gehen etwas zusammen? Nein. Ah, okay. Vielleicht klappt es ja in GTA besser. Hallo, wo gehst du hin? Hier, hallo. Warum gehst du weg? Komm mal ganz kurz mit, ich will dir was erzählen, eine Geschichte. Sie haben keinen Interesse. Wie, kein Interesse? Ja, keinen Interesse. Hast du einen Freund? Nein, da war trotzdem kein Interesse. Eil euch auf dich, ich brauch dich nicht. Digga, warum krieg ich nur Körbe, Junge? Meine Hose hat sich eingeklemmt in Veranda. Hilf mir bitte. Ah, warte mal. Emma, komm mal! Emma, das kriegst du zurück! Dann hab ich mir auch hier nochmal am Schluss einen saftigen Korb abgeholt. Ja, ja, Freilich. Wo wollen sie denn hin? Wie fahren sie? Wir machen heute den Schuffer. Ich möchte mich irgendwo hin. Eigentlich möchte ich nur mein Auto einbaden. Ja, können wir machen. Gib sie noch mit. Was ist das denn? Egal, einfach komplette GTA. Perfekt. Letzte Warnung. Bitte legen Sie die Zigarette nieder. Wunderbar. Dankeschön. Nee, was ist jetzt? Hallo Justiz? Rauchen ist hier in der Tiefgarage strengstens untersagt. Das ist der Bundeskanzler. Das ist der Bundeskanzler? Okay. Haben Sie ein Problem, dass ich unten rauche, oder? Nein, kein Problem. Sicher. Ah, rühren sie sich. Ernst Sancho. Japp. Sie schlagen wie ne Memme. Walla Krise. Äh. Weitermachen. Leichte Beute. Oh. Sorry. Ich bin durchge... Äh. Ich wollt hier nicht durch. Bleib doch mal stehen. Hallo. Ich schieße nicht. Stehen bleiben. Äh. 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 Kommissar Trimax an Zentrale. Wo wurde der Panic Button ausgelöst? Wir brauchen eine genaue Anschrift. Au. Oh, falsch. Korrigiere Kommissar Sancho. Ich hab gehört, du kommst auch aus Buxude. Ich komm aus Buxude, Digga. Ja, ich bin Olaf Schaaf. Hast du schon mal von mir gehört? Ich komm auch aus Buxude. Ich hab schon mal von dir gehört, Digga. Pantaschesander, oder? perhaps ein paar Mal von mir gehört... Doch, ich kann etwas Metal Aktion. Ich bin ein, wenn es ein... Ahem. 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 Ahem.